Den Papel beenden werde ich eben zum Taschen gehen meine Freunde, weshalb ich glaube, ich schliebe, diese muss ich so hart einfach. So einen ganz kurzen Moment meine Freunde, bevor wir den Papel beenden, ich hätte nämlich noch eine ganz kurze Sache für euch meine Freunde, bevor wir den Papel beenden, würde ich nämlich sehr gerne mal eben hier diese Blumme, Blumme nämlich nach unten schmeißen meine Freunde, genau, zack, oh scheiße, bis gleich. Puuuum, das war aber echt echt fäll, ach egal, also okay, danke schön, also laufe vielen Dank, bis gleich. Wie gesagt meine Freunde, wir können das mit dem komischen Ring, können wir jetzt nämlich auch versuchen, schütz, bis gleich, ich bin so dumm und es ist einfach zu schaffen. Jetzt aber, ach Mensch, ich habe sogar gerade voll den Goron erwischt, egal, bis gleich, laufe vielen Dank. Wie soll ich diesen doofen Bomben da treffen, auf einmal geht's, auf einmal geht's, na ganz komisch, ne, aber ich hab nicht getroffen, natürlich. Also meine Freunde, wir müssen versuchen, von hier aus, also von hier oben aus müssen wir versuchen, die Bomben zu treffen. Genau, von da aus, war richtig wohl, war falsch, scheiße, bis gleich, meine Fresse, ey, immer der Kac, ey, egal, aber jetzt hoffentlich, jetzt schaffen wir's hoffentlich, meine Freunde, auch nicht bis gleich. Doch, es geht ja, doch, doch, hat er klappt, meine Freunde, obwohl er doch klappt, egal, meine Freunde, für zwei Mal, nächstes Mal machen wir weiter, aber jetzt erst mal, so, jetzt werde ich eben einen ganz kurzen Ausschnitt hier machen, meine Freunde, aus diesem Part, weil ich will nämlich auch mal eben euch zeigen, wie ich es mache, meine Freunde, wie ich dieses Herzteil auch schummeln kann. Man kann nämlich einfach dieses Herzteil schummeln, wie es einfach geht, guck mal, einfach so schummeln, scheiße, ich glaub's, scheiße, ich wollte nämlich euch sagen, man kann dieses einfach, sehr, sehr dolle Schummeln, dieses Herzteil, meine Freunde, bis gleich, sehr viel Dank. Man kann nämlich dieses Herzteil einfach schummeln, man kann einfach nämlich versuchen, darüber zu springen, und man muss nämlich nicht diese komischen Stiefel dafür haben, um halt auch einfach dieses Herzteil zu bekommen. Man kann nämlich auch einfach jeaten, man kann einfach cheaten, wie ich es auch einfach gesagt habe, wie ich es auch einfach gesagt habe, und man kann es einfach versuchen, indem man auch einfach so komisch reincheatet, genau wie ich es auch einfach mache, so richtig mag. Jetzt versucht man meine Freund von mir aus einfach, genau, zack, das geht auf jeden Fall. habt ihr gesehen meine freunde so macht man es einfach so macht man es man muss nie versuchen zu schieten aber man muss auf jeden Fall versuchen zu schieten meine freunde dann kann man nicht auch diesen herz dieses herz zu bekommen dann kriegt man einfach die tatsache da hat man es einfach geschafft meine freunde das nächste mal war das let's play der Leisure Zelda Ocarina of Time beim nächsten mal geht es weiter let's play Zelda Ocarina of Time meine freunde